Hallo liebe Leute, hier ist Robin Di und heute will ich über ein Thema reden, das wieder mal mit dem öffentlichen Verkehr zu tun hat. Und zwar der Fakt, dass quasi die U-Bahn oftmals von sehr vielen Leuten als Allheilmittel gesehen wird. Die heilige U-Bahn in London wird hochgelobt von vielen Leuten, die sich auch damit nicht mehr beschäftigen. Und ja, auch in Wien haben wir quasi so ein bisschen das Problem, dass Verkehrsplaner, Politiker und sonstige Leute halt denken, dass die U-Bahn wirklich einfach die Lösung ist. Und ich merke das auch in einigen Folien, in denen ich unterwegs bin, dass man hier quasi mit einem Vorschlag für eine Buslinie kommt. Und irgendwer, ich meine, widerspricht einem, kann man gar nicht sagen, weil er redet einfach von etwas völlig anderem mit S-Bahn oder U-Bahn. Und da sagt man, nein Mann, in dieser Siedlung muss ein Bus. Ja, aber hier liegen Gleise und da könnt ihr doch die U-Bahn fahren. Nein, in der Siedlung, da liegen keine Gleise. Ja, aber da in der Nähe ist ja die U-Bahn. Und man denkt sich, was, redet diese Person so, wie ich sie gerade verulgt habe? Ist die ein bisschen blöd? Sind die wirklich so, dass sie sagen, U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn und sonst nichts? Oder S-Bahn, S-Bahn, S-Bahn in einem gewissen Fall hier. Weil wenn man dann denen sagt, schau, die Gleise liegen hier, die S-Bahn fährt dann daher, da ist nichts drumherum. Und die Siedlung, die ich meine, da muss ein Bus hin, die verstehen das nicht. Die verstehen den Unterschied nicht dazwischen, ich bin völlig gegen die S-Bahn und ja, S-Bahn ist schön und gut, aber da muss ein Bus hin. Und das kapieren offenbar einige nicht, die halt entweder nur für die S-Bahn oder nur für die U-Bahn sind. Ich habe mir hier vor langer Zeit, weil ich das schon mal in einem Video gemacht habe, geschrieben, U-Bahn, Allheilmittel, Fragezeichen für diese Episode. Aber ich dachte mir dann jetzt, naja, jetzt wo einige sagen, S-Bahn, 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 das kann man auch auf die Schnellbahn ummünzen. Bei der U-Bahn und bei der Schnellbahn gibt es auch wieder Unterschiede, die innerstädtisch vielleicht leicht verschwimmen. Also man merkt schon innerstädtisch, ob es eine Schnellbahn oder eine U-Bahn sein soll, aber es verschwimmt an einigen Orten so leicht. Also dass die U-Bahn vielleicht irgendwo über eine längere Strecke keine Station hat und die S-Bahn dann über eine längere Strecke doch mehr Stationen. Das verschwimmt so, weil so gehört es eigentlich nicht. Aber das im innerstädtischen Bereich sagen viele ja, ist auch schon wurscht. Aber jedenfalls will ich hier jetzt auch ein bisschen drüber reden, was meiner Meinung nach quasi die Öffis machen sollen. Also wie man das so planen soll, dass man drauf schaut, wo fährt welche Linie, was macht die und wofür ist die da. Zuerst mal kommen wir zum Bus. Da habe ich dieses ziemlich simple Ding gezeichnet. Also das sah in meinem ersten Video, das ich darüber gemacht habe, das man jetzt nicht mehr sehen kann, ein bisschen anders aus. Ich habe heute diese Linie hier strichliert und diese hier überhaupt ziemlich strichliert oder sogar gepunkert. Weil meine Meinung darüber hat sich ein bisschen geändert. Also einerseits ein Bus soll mal irgendwo starten. Das kann auch, das kann bei einem Umsteigeknoten sein. Das kann auch einfach irgendwo im Feld sein, wenn man im Feld gut umdrehen kann. Also wenn hier zum Beispiel eine Landstraße ist und hier ein Kreis verkehrt, dann macht man halt hier und hier zwei Stationen hin und hier wendet der Bus. Ja und das ist nur, dass er wenden kann. Dann fährt er die Landstraße vielleicht runter durch eine Siedlung und man könnte jetzt sagen, er kann auch hier am Ende der Siedlung quasi enden. Er kann aber auch weiterfahren, vielleicht eher in die Stadt rein. Ich habe jetzt hier keine Häuser gemacht, aber hier wären dann zusehends mehr Häuser quasi. Das wäre eine kleine Siedlung. Er könnte also hier schon aufhören und nur die Siedlung jeweils als einen Kreis bedienen. Er kann aber auch bis zu einem so Art winzig kleinen Umsteigeknoten mit einem anderen Bus vielleicht geführen. Oder er kann zu einem kleineren oder auch größeren Umsteigeknoten mit S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn führen. Das ist aber meiner Meinung nach mittlerweile ziemlich optional. Zumindest in einer Stadt, wo man quasi überall in annehmbarer Distanz quasi einen größeren Umsteigeknoten hat, kann ein Bus auch einfach quasi hier enden. Hier ist vielleicht drei Minuten Gehzeit zum Umsteigeknoten. Für mich vielleicht 30 Sekunden Gehzeit. Und hier fährt eine andere Buslinie, die zu einem größeren Umsteigeknoten fährt. Oder vielleicht fährt hier dann doch eine Straßenbahnlinie, die dann hierher fährt. Also ein Bus kann durchaus einfach irgendwo vor einem Umsteigeknoten auch verenden. Ist natürlich vielleicht besser, wenn man so kurz quasi vor einem Knoten ist, dass man den doch dann daher führt. Aber wenn man quasi hier einen guten Takt haben will, führt man vielleicht jeden, also den Bus Nummer 1 nur bis hierher. Den Bus Nummer 2 nur bis hierher. Und den Bus Nummer 3 dann bis hierher. Dass man das so staffelt, um hier halt einen besseren Takt zu haben als irgendwo hier, wo dann vielleicht eh drei, vier Busse auch noch parallel fahren. Oder halt irgendeine Straßenbahn, die so hier so rumfährt. Dass man halt das hat. Also so gehört meiner Meinung nach ein Bus, der kann eigentlich überall jedes Loch stopfen, das man irgendwie hat. Also er kann zu einem großen Umsteigeknoten fahren, er kann zu einem kleinen fahren, er kann nur einen Rundkurs durch eine Siedlung fahren. Er kann auch einfach von einem Dorf zu einem anderen Dorf fahren und hier nur zwei Stationen haben, die jeweils in diesen Dörfern sind. Also bei einem Bus ist halt das hier nur sein, ja, alles was man machen kann in einem Bild. Also das ist sehr schwierig, da wirklich zu sagen, das soll ein Bus sein. Weil ich will ein Beispiel herzeigen, vielleicht nicht auf Google Earth, sondern auf einem anderen Ding, auf der Overpass API vielleicht. Der 99B wäre meines Erachtens nach sowas. Gut, der fährt jetzt nach Aspern-Nord, also fährt zu seinem Umsteigeknoten. Aber generell, wenn man sich das hier vielleicht dann nur mal so anschaut, das sollte vielleicht passen so. Der fährt auch teilweise über etwas, was, oh Gott, das ist vielleicht ein bisschen eine kleine Scale, machen wir Scale 5. Ja, der fährt hier zum derzeit noch kleineren Umsteigeknoten Aspern-Nord, der auch jetzt nicht viel größer werden wird. Also ich meine, ja, die U-Bahn wird irgendwann im engeren Takt dorthin fahren. Es wird eine S-Bahn-Station geben, aber er wird auch generell nicht so ein riesiger Knoten werden. Obwohl das vielleicht der Wunsch ist von der Stadt Wien, aber ich glaube, Aspern-Nord wird nie der Umsteigeknoten werden. Und wird, glaube ich, auch immer kleiner bleiben als zum Beispiel Erzertsokalstraße, was jetzt schon ein kleiner Umsteigeknoten ist. Aber ich glaube, Aspern-Nord wird nicht unbedingt größer, was so die Auslastung betreffend ist. Aber naja, dann fährt er hier über etwas, was man derzeit durchaus als Landstraße bezeichnen kann. Gut, Landstraße heißt halt bei uns, dass das eine Straße ist, die vom Land verwaltet wird. Hier ist es halt eine ganz normale Straße, eben, glaube ich, die Saiseneggergasse. Da fährt er dann halt so und dann fährt er hier einen, ja, halt so oder so oder so. Aber eben größtenteils einen Rundkurs durch diese Siedlung hier. Und bei Essling Schule, das ist die einzige Station, die er mir hier nicht anzeigt, die ist ungefähr hier, da hat er dann einen quasi Umsteigeknoten mit anderen Bussen, aber auch nur einen kleinen. Also das hier wäre quasi, wenn man den Bus jetzt hier abschneiden würde, quasi nur diese Siedlung zu einem kleineren Busumsteigeknoten bringend und sonst nichts. Ja, das ist es so ziemlich und dass halt hier jetzt Aspern-Nord dranhängt, das war ja früher auch nicht da. Somit, ja, das ist einfach nur so ein Rundkurs durch eine Siedlung, der eigentlich nur die Siedlung bedient und halt das Glück hat, dass dann hier am Ende der Siedlung quasi die Busse auf der Esslinger Hauptstraße fahren. Ja, also das ist dann ein Umsteigepunkt, aber sonst nothing. Somit, das ist so eine Buslinie, an der ich quasi meinen Vorschlag für wie Buslinien aussehen könnten angesetzt habe. Man kann sich jetzt im starken Kontrast dann vielleicht den 10a oder den 26a anschauen und sagen, ja, das sind völlig andere Busse. Da gebe ich schon recht und das ist auch eher für den Stadtrand oder für kleine Dörfer eben. Also für die Innenstadt macht ein Bus ein bisschen was anderes, aber dennoch, wenn man sich so den 5a anschaut, der fährt von Umsteigeknoten dann quasi durch den 20. Man könnte sagen, durch eine ziemlich große Siedlung im Endeffekt und dann durch einen Teil des zweiten Bezirks wieder. So rund um Leopoldgasse, dann bis zum Nestreuerplatz, Glockengasse, naja, das könnte man auch als innerstädtische Siedlung bezeichnen. Und das ja, großen Anführungszeichen, aber kommt dann dennoch so hin, ja, er fährt zu einem Umsteigeknoten und dann gurkt er durch eine Siedlung durch. Das ist so ungefähr dennoch, was der Bus da macht. Ja, beim 10a und beim 26a ist es vielleicht ein bisschen anders, weil das echt so Linien sind, die gerade durch eine Straße ganz schnudelgrad rauf fahren. Die machen ein bisschen was anderes, aber ja, generell so sehe ich einen Bus. Also das kann durch eine U-Bahn jetzt nicht ersetzt werden, weil soll die U-Bahn durch eine kleine Siedlung mit extrem engen Radien im Kreis fahren oder wie? Das geht eher nicht. Straßenbahn, ja, ist auch hier jetzt ziemlich schematisch. Ja, also Straßenbahn soll vielleicht zu einer Siedlung fahren. Das haben wir jetzt schon bei sehr vielen Straßenbahnen. Das macht es jetzt schon. Dann zu größeren Umsteigeknoten muss jetzt nicht einer sein, können mehrere sein. Und dann vielleicht wieder enden bei einer Siedlung am Rand. Das machen jetzt nicht alle, dass sie von einer Siedlung zu einer Siedlung fahren. Aber generell ist es sinnvoll, wenn man eine Straßenbahn hat, weil irgendwo ist ein Verkehrsknoten. Und sei es, also sagen wir, das Feld bei Rot-Neusiedel wird jetzt mit Hochhäusern bebaut, sei der Umsteigeknoten dann Blumenthal, der vielleicht dann noch immer nicht super angenommen wird, weil die S-Bahn noch immer im Kotztakt fährt. Dann ist es trotzdem ein Umsteigeknoten. Und wenn dann eine Straßenbahn bis Blumenthal fährt, ja, dann kann sie auch weiter bis Rot-Neusiedel fahren. Dann sagen wir es jetzt mal so, ja, und dort die Siedlung, die es dort gibt, am Rand zumindest anbinden. Oder knapp bis zur Siedlung Rustenfeld und halt da am Rand, vielleicht genau da, wo die Stadtgrenze ist, quasi kehrt machen. Aber dass diese Siedlung auch annähernd angebunden ist. Weil wenn dann auch die Straßenbahn beim Umsteigeknoten stoppt und irgendwer wohnt in der Siedlung Rustenfeld, ja, dann muss er vom derzeitigen oder vom derzeit geplanten Verkehrsnetz her eine Buslinie nehmen, mit der es sogar ein bisschen quasi zurückfahren. Und dann mit einer anderen Buslinie wieder hin, quasi wo er hin will. Ja, wenn dann die Straßenbahn diese paar Meter dennoch oder drei, zwei, drei Kilometer dennoch fährt, verwenden sie vielleicht auch mehr Leute. Weil sie sagen, naja, wenn ich jetzt eh einen Bus brauche, der hier stehen bleibt und zu der Siedlung fährt, kann ich ja gleich hier in den Bus umsteigen. Dann hat sie einen einen Grund, warum die Straßenbahn vielleicht nur zum Umsteigeknoten hier fährt und nicht mal bis zu einem, der dann hier wäre. Und dann ist sie hier leer. Wenn die Straßenbahn aber zumindest hierher fährt, dann sagen sich vielleicht viele Leute, die normalerweise diesen Bus verwenden, der hierher fährt, ja, fahre ich zum Beginn der Siedlung und gehe durch. Das wäre vielleicht dann auch seine, mit dem Angebot kommt die Nachfrage-Strategie, die auch funktionieren kann, ja. Und jetzt, aber auch sowas kann durch eine U-Bahn nicht wirklich ersetzt werden. Man könnte sagen, gut, wenn man jetzt hier nicht unbedingt viel Bedarf hat, dann hätte man die Straßenbahn gleich gar nicht gebraucht. Aber dann macht man halt hier einen Bus, der irgendwie bis hierher fährt und hier auch einen. Und dann macht man halt hier, dass eine U-Bahn quasi hier vielleicht eine Station hat, dann hier vorbeikommt, dann hier eine Station hat und sonst wie fährt. Ja, aber das kann dennoch diese Linie nicht ersetzen. Dann hat man wieder Umsteigerzwang und mehr Linien und tausende Busse und ich weiß nicht was. Ja, also eine Straßenbahn durch eine U-Bahn zu ersetzen, selbst wenn die U-Bahn dann wirklich so fährt, ist dennoch eine sehr blöde Idee. Weil das funktioniert nicht und das sieht man jetzt auch immer wieder bei der, immer wenn ich mit der U6 fahre und zwischen und irgendeine Prüfung oder Vorlesung bei den Translationswissenschaften habe, was ich sehr selten habe, aber manchmal habe ich was dort und ich fahre eben mit der U6 von der Nussdorferstraße dann weiter bis Weringer Straße, weil ich dort in den 40a umsteige, dann denke ich mir immer, wenn wir auf Höhe Sternwartestraße sind, mei, wenn hier jetzt eine Straßenbahnlinie 8 oder irgendwas fahren würde, könnte ich von der Nussdorfer Straße mit dieser Straßenbahnlinie bis Sternwartestraße fahren und einfach die Straße raufgehen und wäre, wo ich hin will. Und so muss ich mit der U-Bahn entweder bis Nussdorferstraße oder bis Weringer Straße fahren und von einer der beiden Richtungen einen Bus nehmen und äh, ja. Also da hat die U-Bahn die Straßenbahn nicht, also schon ersetzt im Sinne von, ja die Straßenbahn ist halt weg und jetzt ist die U-Bahn da, aber nicht als guten Ersatz, nicht voller Ersatz, sondern einfach, ja wir lassen euch jetzt mal einige Stationen einfach auf ohne Ersatz und bauen jetzt eine U-Bahn, die es schon gibt, also die es die ganze Zeit gab, die parallel lief, halt anders hieß und jetzt, ja die Straßenbahn brauchen wir doch nicht mehr da. Ich weiß nicht genau, wo der 8. fuhr, aber ich würde mal sagen, wenn es heutzutage einen 8. gäbe, würde er eben ziemlich parallel zur U6 fahren, bis Spittelau, wenn nicht, naja, weiter geht's wäre, aber, ja, so generell den ganzen Gürtel mit der U6 vielleicht abfahren, was auch gar nicht so schlecht wäre, denke ich und denken viele andere auch, aber naja, das wird halt nicht gemacht. Aber eben, die Straßenbahn kann das nicht ersetzen. Nein, U-Bahn kann die Straßenbahn nicht ganz ersetzen. Nun kommen wir zur U-Bahn. Wie meine ich die? Das hier hätte ich vielleicht noch strichliert machen sollen, ich weiß. Also eine U-Bahn kann in, kann in eine Siedlung fahren, aber nur bei viel Nachfrage. Das habe ich hier mit diesen, meh, meh, Menschchens hier gezeigt. Also wenn hier wirklich viele Leute sind und es dennoch keinen anderen Umsteigeknoten quasi gibt, dann dennoch eine U-Bahn hierher bauen und dann fährt die einfach sehr viele Umsteigeknoten ab und optional wieder in eine Siedlung, aber das eben eher selten und meistens noch mehr am Rand als die Straßenbahn. Aber generell das, dieser Teil hier ist eine U-Bahn, von Umsteigeknoten zu Umsteigeknoten, auch oft größere Distanzen. Ja, und man hat halt auch längere Stationsabstände. Jetzt, äh, jetzt komme ich noch kurz zur S-Bahn. Was macht die S-Bahn oder die Regionalzüge? Nun, ähm, die S-Bahn oder die Regionalzüge bedienen meistens mit einer Station ein gesamtes Gebiet, manchmal sogar einen gesamten Bezirk mit einer Station. Hier haben wir zum Beispiel die Haltestelle Bernhardstal, der Regionalzüge. Nun, Bernhardstal ist so ziemlich hier. Hier, die Bahnstation ist hier. Ich habe einmal das folgende gemacht, weil ich ein Foto vom Ortsschild von Bernhardstal wollte, weil einer meiner Namen ist Bernhard und da wollte ich halt in Bernhardstal ein Foto machen. Ich kam also hier mit dem Regionalzug an. Ja, der stand interessanterweise, glaube ich, nicht so, sondern, glaube ich, ein bisschen weiter vorne, interessanterweise. Ha, keine Ahnung, weil ich bin dann zu diesem Baum hier gegangen, daran erinnere ich mich noch. Also, ich bin da ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob die den Regionalzug dann gleich wieder weggeschoben haben oder irgendwas, aber hier waren die Gleise frei. Bin ich hier schnell über die Gleise, weil hier ein Gehweg war. Bin hier zu diesem Baum, weil ich dachte, man könnte dann da vielleicht irgendwo hingehen. Hab mich da dann kurz orientiert. Wo bin ich? Hab geschaut, ich hier irgendwo Bernhardstal, hab es nicht gesehen. Bin dann also hier auf diesem Feldweg hier. Ja, das ist ein Privatgrund, denke ich. Jetzt bin ich einfach drüber. Auf dieser Straße bin die raufgegangen. Dann bin ich diese Straße so gegangen und dann bin ich hierher und ungefähr hier steht das Ortsschild, glaube ich. Ja, circa hier, glaube ich. Und hab mein Foto gemacht und bin dann nicht so rein in den Ort, sondern wieder drumherum zurück. Ich habe Bernhardstal von der Station aus nicht gefunden. Kann jetzt an meiner eigenen Dummheit liegen. Aber generell diese S-Bahn-Station, die bedient zwar Bernhardsthal, aber sie kann auch durchaus das hier auch mit bedienen. Also man braucht jetzt nicht hier gleich eine weitere Station, die diesen Teil bedient oder hier eine Station, die den Teil bedienen würde. Sondern diese Bahnstation bedient einfach mal dieses Gebiet. Bitte, wie viele Katzelsdorf gibt es in Niederösterreich? Mindestens drei. Mann, Gottchen. Aber ja, also diese Station bedient dann nicht nur Bernhardstal, sondern auch mal die ganze Umgebung, die keine Station haben. Und genauso funktioniert es halt auch mit anderen Stationen, wenn ich zum Beispiel, ich hoffe, ich finde jetzt dann die Station. Also hier haben wir Pottendorf, hier haben wir Landeck, dazwischen befindet sich die Bahnstation Pottendorf-Landeck. Sie bedient sowohl Pottendorf als auch Landeck, als auch meinetwegen alles drumherum. Ich weiß nicht, wie es mit, gibt es eine Station in Wien Passing? Nein, bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn nicht, doch, gibt es. Ah nein, das ist die Ortsmitte, das sind die Busse. Nö, also dann bedient die S-Bahn hier quasi auch dieses Gebiet. Also Schnellbahnen bedienen ein sehr großes Gebiet mit nur einer Station. Was heißen soll, ja, das ist halt auch kein Ersatz für ein untergeordnetes Verkehrsmittel. Also fassen wir jetzt nochmal zusammen und bringen jetzt vielleicht noch die Stationsabstände rein. Wenn ich jetzt hier auf den Siegesplatz gehe, also ich glaube, das ist der kürzeste Stationsabstand zwischen zwei verschiedenen Stationen. Ich weiß, es gibt eine Station in Wien, die doppelt eingehalten wird zu manchen Zeiten, weshalb sie quasi zu sich selber den geringsten Stationsabstand hat. Aber hier der geringste Stationsabstand von zwei verschiedenen Stationen, die in dieselbe Fahrtrichtung bedient werden, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, der hier mit 120 Metern Siegesplatz und Sachgasse. Von Stationen, die in zwei verschiedene Fahrtrichtungen bedient werden, haben wir hier gleich das Beispiel. Das ist Benjowski-Gasse zur Asperner Heldenplatz. Das sind sogar nur 42 Meter. Also man sieht, bei einem Bus kann der Abstand der Stationen durchaus ziemlich eng sein. So ein paar hundert Meter oder auch nur hundert Meter in eine Fahrtrichtung. Und wenn man zwei verschiedene Stationen hat, die so sind, kann man sie auch verschieden nennen. Und dann sind es zwei verschiedene Stationen. Das kann durchaus mal so sein. Ja, also bei einem Bus kann alles ziemlich eng zusammenliegen. Bei einer Straßenbahn ist es dann schon eher so, dass man eher ein bisschen einen größeren Abstand hat. Da ist vielleicht eins der engsten, wenn man jetzt nicht Umsteigeknoten zählt, wo die Straßenbahn mehrmals eine Station anfährt wie in Floridsdorf. Aber bei verschiedenen Stationen wäre vielleicht Konstanziagasse und die Langobadenstraße ist das dann glaube ich da so 300 Meter vielleicht schon recht eng. Mal schauen, wenn man da dann Konstanziagasse und die Erse Tokalstraße so 400 Meter. Also das ist dann schon weiter. Also das ist dann schon eher in den 500 Meter Kategorie. Findet man eine Station, die... Nein, ja, halt so 500 Meter ist dann für die Straßenbahn vielleicht gut. Für die U-Bahn, ja, machen wir jetzt mal das Ganze mit von wo dieses Ding denkt, dass Stadtlau ist. Das ist jetzt nicht ganz exakt, aber machen wir jetzt mal von hier bis... Das ist die Erse Tokal, da... Ah, Moment mal, die U-Bahn fährt hier. Ist das die U-Bahn? Ne, das ist die S-Bahn. Wie... Ah ja, die U-Bahn biegt schon hier ab. Okay, also... Hier von einer Station zur anderen haben wir mit... Dem hier... Das ist Hadegasse. Das ist auch schon so an den einen Kilometer. Also man sieht, das potenziert sich so rauf, wie wir so... Ja, sagen wir bei einem Bus so bis zu 250 Meter vielleicht ein durchschnittlicher Stationsabstand. Bei der Straßenbahn dann schon 500 Meter, bei der U-Bahn so ein Kilometer. Bei der S-Bahn dann muss man außerstädtisch gar nicht mehr reden. Also außerstädtisch sind es sehr große Abstände. Hier mit zum Beispiel Stadlau, Erze Tokalstraße, das ist vielleicht ein bisschen besser zu imagine. Das ist ein bisschen über einem Kilometer. Das ist jetzt auch nicht so viel, aber ein bisschen größer als bei der U-Bahn sind diese Abstände dann schon. So, machen wir jetzt mal ohne die Station Lobau haben wir hier dann... Also mit der Station Lobau hätten wir eineinhalb Kilometer auf der S80 und ohne die haben wir dann schon zweieinhalb Kilometer zwischen den Stationen. Also so ist das halt. S-Bahn und U-Bahn überbrücken zwar große Distanzen recht schnell, halten aber dafür nicht oft. Ein Bus überbrückt eher kleine Distanzen, manchmal auch recht langsam, hält aber dafür an jeden Misthaufen. Und wenn jetzt der Bauer Hams an seinem Misthaufen aussteigen will, dann hilft ihm keine verdammte Schnellbahn. Die hilft ihm absolut nichts, weil die bleibt bei seinem Misthaufen garantiert nicht stehen. Sondern die nächste Haltestelle ist dann vielleicht Bernhardsthal und das ist von seinem Misthaufen 13 Kilometer weit weg. Und wieso sollte der Bauer Hams eine Bahn verwenden, die von seinem Haus 13 Kilometer weit weg hält? Das ist ja besser, er geht von Wien zu seinem Hof, als er fährt mit der S-Bahn und geht dann wieder zurück. Also ja, die U-Bahn und auch die Schnellbahn sind nicht das Allheilmittel. Es gibt einfach Orte, wo man gut einen Bus bauen kann. Also bauen, einfach mal konzessionieren und schauen, dass sich die Straße den Bus aushält. Was eben meistens der Fall ist. Und ja, so viel dazu. Das ist halt meine Meinung, dass eben die U-Bahn nicht das Allheilmittel ist. Und dass man eben auch manchmal auch eine Schnellbahn auch nicht das Allheilmittel ist. Und dass man halt manchmal einen Bus braucht. Und ja, es gibt ein weiteres Problem bei der Fahrplanplanung. Das ist jetzt kein Problem so auf, ja, es gibt Leute, die planen die Fahrpläne falsch. Sondern ich meine, wirklich ein Problem, das man hat, wenn man versucht, einen Fahrplan zu planen. Und ein gewisses Problem quasi auftreten kann. Darüber will ich noch eine Episode machen von Robin Reditz. Aber das kommt dann irgendwann später. Jetzt einmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen will. U-Bahn ist zwar toll, ist für einige Sachen auch geeignet. Aber einfach kein Ersatz für eine Buslinie, die in einem gewissen Raum fährt. Und kein Ersatz für eine Straßenbahn, die in einem gewissen Raum fährt. Das werden wir jetzt mit der U5 wiederhaben. Dass, wenn die Stadt hier ein bisschen blöder ist, dass sie irgendwelche Straßenbahnen, die parallel zur U5 fahren, dann einstellt. Und dann merkt ihr, jetzt brauchen wir doch einen Bus, der das dauernd quert. Weil die U-Bahn, ja, ersetzt nicht die Straßenbahn zu 100%. Vielleicht zu 50%. Oder meinetwegen sogar zu 70%. Weil man die U-Bahn-Stationen ganz anders setzt, als die Straßenbahn-Stationen. Und Stationen kann man es vielleicht schaffen, mit der Coverage quasi einen hohen Prozentsatz von der Straßenbahnlinie quasi wirklich zu ersetzen. Aber man wird es nicht zu 100% schaffen. So viel dazu. Aber jetzt dann, danke fürs Zusehen und bye bye. Joelle